Er hat mich, Digga. Maxify! Warum denn immer er? Maxify! Komm, Maxify, 1 gegen 1, Junge! Digga, wir haben es so aufs Maul bekommen. Und damit, jo, Leute, was geht ab? Über am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, Leute. Ihr seht es schon am Titel und vielleicht hat es der ein oder andere schon im Stream gesehen, Leute. Wir haben bei Rogue Company im Titan Clash mitgespielt. Mit wir haben eigentlich quasi unser Team. Also ich war im Team mit iCrymax, mit Sue und mit Skurros. Und wir haben gespielt, Leute, gegen Lost Aiming, Schwitzer, Reapers, der Vater von allen Schwitzern. Maxify und Snogs, Leute. Ich schwöre euch, das Battle war absolut komplett krank. Im heutigen Video gibt es auch mal eine kleine Zusammenfassung von dem kompletten Titan Clash. Ganz wichtig, Leute, wenn es euch gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben. Da schaut gerne mal bei allen Teilnehmern vorbei bei Maxify und halt der ganzen anderen Seite. Könnt ihr auch deren Sicht mal sehen, wie die von uns komplett hops genommen wurden. Szena. Rogue Company ist ein Free-to-Play-Third-Person-Shooter, Leute. Den es auf PC gibt, zum Beispiel auch im Epic Store. Also falls ihr in dem Game irgendwas macht, Creator-Code Vive geht ja auch, Leute, auf Ehre. Aber auch auf PS4, Xbox One und sogar Nintendo Switch. Und wie gesagt, wenn ihr Bock habt, Link ist in der Beschreibung. Schaut gerne mal beim Game vorbei. Und ich würde sagen, let's go in die Runde. Und, äh, Alter, wir haben krank rasiert. Vielleicht. Okay, jetzt wird gesweatet. Guck mal, die schlagen da hinten alle. Die schlagen. Ich sehe einen und der schlägt. Max, keiner eine Waffe in der Hand. Guck, da ist er. Die haben keine Waffe in der Hand. Die wegschießen einfach. Ey, die rushen mich, Jungs. Ich kann halt nichts machen. Ja, danke dafür. Jungs, komm mir vor. Ey, hinter uns, hinter uns. Der will von hinten kommen. Digga, Lost Gaming. Komm, Junge. Ich klatsch dich, Alter. Hinter uns, Jungs. Digga, Lost Gaming. Komm, Junge. Ich klatsch dich, Alter. Immer bei mir, bei mir, die Puppe. Oh, Bruder. Ich muss, ah, es ist gross, Bruder. Es gibt ja gar keine erste Runde in diesem Modus, ne? Das ist immer wieder Spawnen, richtig? Ja, irgendwann sind deine Tickets aber weg. Letztes Leben, jetzt, letztes Leben. Okay, jetzt können wir mit Waffen spielen. Oh, jetzt werde ich mit Waffen spielen, Digga. Ich kann mich selber beleben. Stellung, du musst die Stellung jetzt halten. Jetzt Stellung halten. Ich komm, leise. Die kommen von hinten. Die kommen von hinten. Ah, Krise, Digga. Die sind hier links, ganz viele, ne? Ey, wie rollt man sich nochmal so? Ach, Digga, er chillt hier links. Maxi feiert mich. Wie viel das dann auch für wert? 200 Euro. 425. Boah, ich hab dich im Low-Up. Schön. Ach, ich bin da und scheiße, wie das denn? Ah, 88er. Digga. Ich kann halt mit Pumpkin nicht so nah ran. Tag das Game, oder was? Digga. Boah, war das knapp. Das Ding ist, Reapers ist ja zum Beispiel noch über der kranke Fortnite-Spieler. Junge, die hopsen uns hier komplett weg. Max auf Trial-Basis. Hat noch einen gekillt. Reapers down. Jetzt, jetzt, Jungs, jetzt ist Runde 4. Was sollen wir jetzt spielen? Ah, ne, jetzt ist rum. Jetzt haben die gewonnen. Jungs, wir müssen verteidigen. Okay, das ist schon mal sehr gut. Das ist B. Ja. Okay, komm, wir gehen auf A. Sehr schön, komm, die werden alle jetzt zu B. Hier, 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 hier. Oh, oh. Hab einen gekillt, ich hab einen gekillt. Einer ist down. Lost Gaming ist down. Da, 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 da. Klatsch den, werf doch deine Axt, werf doch deine Axt. Was you, Digga. Also, pass auf, Maxi, werden jetzt wahrscheinlich genau wieder da kommen, wo wir gerade waren. Über diese Zip-Line. Lass mal abwarten. Digga, wenn die da jetzt kommen, ja. Ja, alle fahrt, ist da alle bei A. Wir müssen hin. Oh, die hat Granaten geworfen. Ey, Digga, was ist das? Kommt, ihr könnt herkommen. Up, 1 down, up, 1 down. Wir haben Granaten. Maxi feiert, gefinisht. Boah, hat der Admin platziert wohl. Maxi feiert mich. Ey, ich heul gleich, ne? Du hast eben her, low AP. Der ist um die Ecke, ja, vier. Geh auf, getraut. Der ist one shot, der ist one shot, komm her. Rechts. Boah, shit. Gut, die machen richtig auf zwei. Die sind bei, oder ihr seht da hinten einen. Ich glaube, die rennen zu A, komm. Ja, die verarschen uns einfach nur. Noch mehr, die kommen oben. Hier, hier, hier. Vorsicht, die haben da fallen gesetzt. Ab, 1 down. Ey, Jungs, Jungs, ihr müsst mich doch... Die haben die Runde einfach trotzdem gewonnen. Ja, ist vorbei. Lass die mal pushen, auch wenn das nicht die Aufgabe von der CT sagt. Lass mal, lass mal pushen, lieber A. Komm, wir gehen über A einfach auf die drauf. Schwer, dass wir warten können. Es soll eh nur Spaß. Einfach mal drauf gehen. Lass mal machen, einfach. Halt die zu pushen, Digga. Digga, magst du mir die richtig hart gewinnen, Junge? Ey, ich halte es mit einem Samuranschwert. Ich hab gehauen. Stell zu mir. Stell zu uns. Die nehmen uns nicht her. Die kleppen uns sogar trotzdem. Ach, Digga, muss los. Ich muss los. Können wir mal bitte jetzt einmal ernsthaft spielen? Junge, was ist los? Du tust, als wären nur wir die, die reinscheißen. Ihr alle, ihr drei seid tot. Ich komme immer und dann gehen drei Leute auf mich. Haltet euch doch mal ein bisschen bedeckter, Alter. Chilt hinter einer Wand, wenn ihr die seht, dann lasert die... Digga, der denkt, eine Million Euro Preisgeld. Hab einen down. Komm, lass den nächsten kleppen hier. Erlebt noch, er lebt noch. War ein Junge. Schon ne gewonnen, Junge. Hab einen down. 100 Schaden. Hab noch einen, hab noch einen. Hab noch einen. Er ist down. Hab Maxi, oder? Jetzt, hab ihn. Let's go, Digga. So läuft es. Ich muss nachladen. No way. Ich muss nachladen. Ich hab keine Muni mehr, Digga. Schade, Schade, Digga. No. Beide geworfen, Digga. Da. Bleib zusammen, zusammen, zusammen. Hol die Bombe, hol die Bombe. Hol die Bombe. Hallo. Ich kann nicht... Die Waffe. Es geht nicht. Ach, Digga. Oh. Let's go, Leute. Was geht denn ab, Mann? Ja, er hat mich, Digga. Maxi fei. Maxi fei. Jogi, jedes Mal. Warum denn immer er? Oh. Digga, Reapers hat verkackt. Er ist AFK. Er wirft daneben. Du bist immer Arsch, Digga. Wer hat denn noch einen Baseballschläger? Hier. Ich hol Klitsch. Der hat auch einen Baseballschläger. Klitsch ist bei der Weih auch richtig geil. Der kann hacken. Der kann sich gerade reinhacken. Also Ansage jetzt. Gewinnen wir jetzt die Runde oder nicht? Man, der ist viel schneller mit einem Baseballschläger. Ja, Jungs. Wo seid ihr, Mann? Komm, let's go. Ey, da kam ein Baseballschläger geflogen. Die sind da oben. Die sind da oben. Die sind da oben drauf. Ey, wir gehen nicht hoch. Wir gehen nicht hoch. Wenn kommt runter. Okay, Bruder. Die wollen auf die Fresse hin. Let's go. Komm rein. Klopp den. Und die nächsten. Komm mal da, Junge. Was, Junge? Hopp ihn. Haha, Digga. Ich den Fuß. Leute, ihr müsst mich verteidigen. Verteidigt mich. Danke, Digga. Mega. Die Bombe, die Bombe, die Bombe. Zieh durch. Zieh durch. Nein. Maxi. Okay, ich geh. Oh, die kommen auch. Nein, die kommen auch runter. Komm, Maxi. Feuer. Eins gegen eins, Junge. Nein. Er sagt eins gegen eins. Auf einmal drei, Leute. Basi, für die Fresse. Oh, oh. Mein Basi ist weg. Mein Basi ist weg. Maxi, fällt mein Basi, Digga. Ja. Ich hab einen, Leute. Nee, wir müssen zur B. Die haben platziert. Komm, wen juckt. Sie werden gekleppt. So gut ist. 13 Messer. Bei mir ist einer. Ich darf so sozialisch pumpen. Ich hab ihn einfach. Er hat mich auch. No. Ach, Digga. Das ist so lost. Skoros, Vorsicht. Er wirft. Moin, Meister, Digga. Okay, Leute. Bis jetzt. Wir haben gar nicht richtig gespielt. Jetzt können wir nochmal spielen. Das Ding ist, Team Twitch. Also die ganzen Gegner von uns dürfen jetzt nur Nachkampfwaffen zocken. Und wir haben jetzt die Chance, hier richtig reinzurasieren mit normalen Waffen. Und das werdet ihr auch machen, Digga. Wenn wir jetzt verlieren, dann ist es komplett vorbei. Ey, wir müssen, wenn wir jetzt verlieren, dann ist es peinlicher als alles andere. A oder B. A oder B. Das ist einfach zwei zu zwei. Zwei gehen da, zwei da. Wir haben ja Waffen. Wer ist mit mir? Wir haben ja Waffen, Digga. Wir haben ja Waffen, Digga. Der eine hat schon mal keine Waffen mehr. 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 Ich habe ihn down. Hol die Bombe, hol die Bombe. Skoros. Hab noch einen down. Snoxy ist down. Unsere Runde. Boom. Ich schwöre. Ey, alle hier, alle hier. Vier, vier Leute. Oben drauf, Max. Erst one shot. Hab einen down. Einer down. Hab einen komplett down. Reapers down. Du musst zu mir kommen, Skoros. Wie viel hält der denn noch aus? Wichtig. So, ein Junge. Ich finde es jetzt endlich mal fair. Das Ding ist, ich lade am Ende auf YouTube einfach nur diese Runde hoch. Fertig. Diesel bei mir? Ja, Reapers. Moin, 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 Sir. Guck mal, wie ich mich feiere, Digga. Wo die Shotgun zog. Und der ist einfach so schlecht, ne? Ich bin nicht so eklig gelassen. Hallo? So richtig eklige Menschen. Lock. Ich hab ja nicht gedacht. Ich muss nachladen. Boah. Hab ihn. Bombe. Einfach nur Bombe. Wir haben doch schon gewonnen. Wir müssen Bombe immer so machen und wieder abbrechen. Machen wir da so, um die zu pflachsen. Guts, Junge. Der hat mich einfach korps. Junge, Snogs. Schön. Letzter, letzter. Maxify. Eins gegen eins. Er ist hinter dir, ja genau. Bro, das hat 20 Sekunden. Boah, Bro. Hab ihn. Ja, GG, Digga. So schnell kannst du gehen? Ey, ich werde jetzt klopfen. Was? Digga. Maxify hat doch A-Mod mit diesen Dingern. No. Nice, Digga. Let's go. Ey, bei mir. Ey, die schießen Pistole. Jungs. Die schummeln. Jetzt reicht's mir. Ich platzier die Bombe. Komm, Maxify. No. Okay, Bruder. Okay. Er rusht rechts da. Lad nach, Bruder. Lad nach. Boots, Digga. Easy. Ja, der Sieg, was soll ich sagen. Somit haben wir das Tournament gewonnen, Leute. War auf jeden Fall eine geile Runde. Dabei sein ist alles. Ja, Leute. Das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst sehr gerne mal einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, Raw Company ist verlinkt in der Beschreibung. Checkt das Ganze mal ab. Absolut geiles Game. Macht richtig Laune. Es reicht, wenn man das mit Freunden oder so zusammenzockt. Ihr müsst es ausspülen. Grüße gerne nochmal raus an mein Team. Ihr wart die Besten. Aber ja, an der Stelle echt Glückwunsch an das andere Team. Die haben einfach verdient besser geworden. Wir können es nicht anders sagen. Die haben sogar angefangen, die ganze Zeit nur mit Baseballschlägern oder Nahkampfwaffen zu spielen, weil wir auch so keine Chance hatten. Und selbst dann haben die uns hops genommen. Aber ja, Leute. Trotzdem vielen Dank auch an Raw Company, dass wir da am Start sein durften. Hat mir auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht. Und wie gesagt, wenn ihr Bock habt, checkt das Game mal selber ab. Und ganz wichtig, ich habe es auch am Anfang gesagt, wenn ihr mal die anderen Sichten sehen wollt, auch von iCrymax, auch von den Jungs, checkt das Ganze ab. Alle Links in der Beschreibung. Wir sehen uns morgen beim nächsten Video. Haut da rein und macht's gut, Leute. Ciao. Ciao. Ciao.